Guten Morgen und Willkommen zurück zu meinem Let's Play, wenn sich das überhaupt jemand anschaut natürlich. Äh, ja, bezweifle ich jetzt ein wenig, aber egal. Ich werde heute nochmal Level 8 und Level 9 spielen dürfen, denn ich habe gestern außersehen die falschen Dateien gelöscht. Äh, äh, macht nix. So schön, die Welt, die neunte. Kann man jetzt gleich nochmal spielen. Und ich hoffe, dass die Sprachqualität jetzt endlich so ist, wie sie gern hätte. Mein Headset Schein bin nämlich nicht sonderlich zu mögen. Oh, komm her. Ja, und wie ich herausgefunden habe, war dieses Spiel vier Welten. Das heißt also, es wird nur eine Weile dauern, bis ich durch bin. Eine sehr lange Weile. Na? Soll doch jetzt was kommen? Wann kommt da nix? Naja, dann eben jetzt erst. Nein, dann unterholen wir nicht wieder. Wir gehen heute oben rum. Und Moment, wo war der Boden? Da war der Boden. Ich hasse jetzt, wenn ich den Boden nicht sehe. Jetzt ganz viele Pflanzen. Was sind das aber für Pflanzen? Jetzt sind die Pflanzen nicht rein springen, nicht rein springen. Hey. Dafür habe ich gestern ein ganzes Video gebraucht, um das zu schaffen. Ein ganzes Video. Ja, ich weiß, ich bin verdammt gut. Und weil es so gut läuft, machen wir Level 9 auch gleich noch. Jetzt werde ich wahrscheinlich gleich wieder sterben. Und ich will da rauf, da gibt es einen Pilz. Ein Pilz. Ein Magic Mushroom. Bin ich da wieder raufgekommen? Ich glaube. Irgendwie so. Oh, Moment. Ja. Ich hab's voll drauf. Wer's glaubt. Pilz, komm zu mir. Yeah, jetzt bin ich groß. Und warum haben diese Berge da hinten alle Augen? Und die Wolken auch? Ach, großartig ist langweilig. Klar ist viel lustiger. Oh, drei Pflanzen. Warum haben diese Berge alle Augen? Und die Wolken auch. Warum? Warum? Und warum standen sie mich die ganze Zeit an? Kann mir das mal jemand erklären? Ach, Leben. Leben. Yeah. Ich hab ein Leben. Davon würde ich noch sehr viele brauchen. So, was war da noch? Ach ja, richtig. Da kam ich. Irgendwie nicht so wirklich rauf. Aber doch, so ging's. Ah ja, da bin ich ja immer runtergefallen. Ich erinnere mich. Und in die Gegner rein. Das möchten wir heute nicht machen. Nein. Möchte nicht wieder sterben. Aber ich mach's immer wieder. Spring immer wieder. Wunderbar. vorbei. Ha. Wow. Wow. Glückskind. Ah, da ist es. Ich seh die Tür. Ich seh die Tür. Was ist da noch drin? Münzen. Ich bin mutig. Ich bin mutig. Ich schau nach, was da drin ist. Hör. Ha. Das macht mir mal nach. Wow. Mann, bin ich heute gut. Speichern. Komm, speichere ich überhaupt. Ich hab die Level doch schon. Egal. Machen wir Puzzle 3. Level 10. Auch noch. Habe ich schon erwähnt, dass es vier Welten insgesamt gibt. Wovon zwei wohl. Größer sind als Welt 1. Oh wei. Das wird ein sehr langes Let's Play werden. Habe ich das Gefühl. Vor allem, weil ich die Welt jetzt wieder nicht verkenne. Oh, Münzen. Ich traue das doch irgendwie nicht. Ach. Hm. Na ja, die Röhren kann man überall nicht rein. Nur Deko. Ich glaube, das mache ich demnächst auch. Ich stecke ganz viele Röhren in meinen Garten. Wenn mich jemand fragt, warum ich das mache. Ich sage, ach so, als Deko. Die haben überhaupt keinen Nutzen. Sie sind einfach nur da. Verdammt. Was soll das darstellen? Drachen oder übergroße Echsen? Aber ich bestimme, da oben ist ein bestimmter Pilz oder Pilz. Also Geisterpilz wieder. Sehen mich die Gegner nicht. Sie können mich immer noch töten. Also richtig nützlich. Den kommt mir doch irgendwie. Ich wollte den jetzt eigentlich nehmen, aber das lasse ich jetzt lieber. Oh, herrlich. Ich soll diese Passagenliebe. Ich liebe sie einfach. Mann, bin ich heute gut. Aber ich will es echt wissen. So sind die echt. Oder sind das nur diese Blöcke? Oh, Pilz. Pilz. Haha. Ist ja die Echsen. Nein, ist ja alles nur so. Gibt es da noch irgendwas? Hä? Bin ich denn jetzt gelandet? Was? Unsichtbare Blöcke. Gibt es da noch mehr davon? Komm. Nein. Oder? Komm, dass sie noch mehr, oder? Irgendwo Blume. Blume. Leben. Nein. Ach, verdammt. Ich habe gedacht, ich kriege da noch was Tolles. Soll ich denn herunter? Oh. Nein, das probiere ich mir jetzt nicht aus. Und. Dammt. Leben. Yeah. Dammt? Wie mache ich das heute? Ich bin volles Glückskind heute. Na, Sondag, ne? Ah. Wo kommt der verdammte Boden? Ach, sagen wir nicht, ich bin da falsch. Ah, Boden. Oh. Ich bin doch nicht schwindelfrei. Ja, da springen wir lieber drüber. Und tschüss. Drüber. Oh, wo kommt denn der verdammte Ausgang? Ich will eine Tür. Ich sehe die Tür. Vorsichtig, vorsichtig. Über den springen wir drüber. Oh. Mann. Ich weiß nicht, was heute los ist, aber geht gut vorwärts. Ja. Nein, wir wollen nicht neu starten. Wir machen jetzt Stefane 1. Na ja. Wieso auf die Namen kommen, wüsste ich auch gern. Und da kann ich natürlich, wie erwartet, nicht rein. Total überrascht. Dann, es gibt so gute Gackerröhren, die man kann. Ist ja langweilig. So, was gibt's da? Münzen. Ich bin wieder leben, hä? Ah, ja. Dauert nochmal lang. Oh, Pils, Pils. Magic Mashroom. Ja. Pils sind echt nützlich. Wenn man es gleich immer wieder verlieren wird. Was ist da unten? War das alles? War alles. Egal. Machen lustig weiter. Ja. Dass ich jetzt in einem Abgrundsprung bin, hat mich gewundert. Das hatte ich jetzt irgendwie erwartet. So direkt drüber und... Nein. Oh, wieder ein Pilz. So, wo ist der nächste Gegner, in den ich springen kann? Schaffen wir. Yeah. Ein Leben. Noch ein Leben. Wuhu. Wir lassen's. Springen wir dann rüber. Machen da weiter. Ha. Ich hab schon gewundert, dass es so lange dauert, bis ich wieder in einen Gegner einspringe. Soll ich mal die Zeit stoppen, wie lange ich groß bin? Ähm, bevor ich wieder klein werde. Oben auf. Komische Pelzknoll da. Willst du noch mehr? Komm. Ja. Gezielte Sprünge sind absolut nicht meine Sache. Ach dann eben nicht. Oh. Röhren sind doch praktischer, als ich gedacht hätte. Und kann ich da runterfallen? Nein. Ich kann ja zwischen zwei Blöcken stehen bleiben. Sehr schön. War eine schöne Sache. Ah. Dann muss ich ja noch da nahe. Und was ist da hinten? Ach, das ist eine Bohnenstange. Ah, kommt man auch rum und... Äh. Was bringt mir das jetzt? Na, ich probiere lieber nicht, ob ich da drauf springen kann, oder ob ich da runterfall. Ich mach lieber die Welt zu Ende. Groß. Ich will groß bleiben. Vorsichtig. Komm her. Ach, ich geh da weg. Hehehe. Wow. Das waren jetzt eins, zwei, drei, vier Level. Das könnte glatt in ein Video passen. Wow.